moin moin ja ich bin das zweite mal jetzt auf der kirmes hier in dürren stehe auf dem tower oder unterhalb noch vom tower blume ja ich mache jetzt hier eine kleine runde um für euch ein paar schöne aufnahmen zu machen dort der drifting coaster da der flipper alpen coaster fairlop habe ich glaube ich falsch gesagt ich habe glaube ich in meinem ersten video gesagt das ist der gleiche hersteller oder der gleiche schausteller wie wilde maus xxl stimmt natürlich nicht das ist fairlop und ja ich habe gedacht ja ich mache ziehen keine natur muss so ein bisschen aufpassen alles darum ja ist jetzt ein bisschen nass hier aber muss sagen doch den spaß lasse ich mir jetzt nicht nehmen den tower von blume zu gehen ja muss sagen sehr schön mal schauen dieses video geht kurz und knapp wie gesagt hier flipper dann na wer kennt es riesenrad europa rad jetzt gehen wir weiter höher so ich bin jetzt fast oben angekommen vor mir xxl racer heroes dann haben wir octopussy den breakdance dann den flipper ja ich muss sagen sehr schön sehr schön sehr schön bayern rutsche ja ich bin jetzt hier oben angekommen regnet zwar ein bisschen aber das ist mir gerade egal dort der schöne octopussy ja also ich muss sagen ich bin jetzt hier ganz oben wenn das war nicht so schön aber das ist ja egal jetzt geht's weiter ja hinter mir befindet sich der drifting coaster davon mache ich euch jetzt ein off-white hier vom tower blume ist doch klar ja bevor ein wagen vom driften coaster los fährt hier nochmal blick auf sie king und hier steht da der driften coaster ja aktuell will da keiner mitfahren aber wenn meine kamera sich jetzt scharf stellt wird das sicherlich gleich passieren so meine freunde von robin tv jetzt das versprochene off-white hier vom drifting coaster mir tut jetzt schon beim zuschauen alles weh ja wenn es leute gibt die das fahren wollen warum nicht so die erste abfahrt geht ja noch aber jetzt kommt der teil der wirklich wehtun wird finde ich ja zweite abfahrt dann nochmal links rechts links rechts rechts ja ich werde dieses ding nicht fahren der bro von wide review hat ja dazu auch ein video gemacht fahrzeuge oder fahrgeschäfte die euch prügeln ja im hintergrund sieht hier das nordsee fisch aus von wilken dankeschön für das schöne lachsbrötchen das ihr mir gesponsert habt eigentlich müsste ich da oben links schreiben das lasse ich jetzt aber sein habt ihr keinen bock drauf wenn ihr auf der anderen kämen müsst seid in dürren geht auf jeden fall hier essen danke nochmal und damit sage ich ciao mit vor euer robin tschüss ja 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 Vielen Dank.